So, einen wunderschönen guten Morgen, meine sehr verehrten Damen und Herren. Ich möchte Sie heute als Koordinator dieses Projektes, an dem wir ein Jahr lang in den unterschiedlichen Expertengruppen gearbeitet haben, begrüßen im Namen der Böll Stiftung und meiner Freude darüber ausdruckt, ich war gestern schon überrascht, wie groß die Resonanz war und dass um diese frühe Stunde hier in Berlin die Resonanz so groß ist, liegt natürlich auch an dem Thema Energie. Wir haben heute, nachdem wir gestern ja sehr intensive Debatten hatten über den Rahmen, in dem sich die europäische Politik fortbewegen, entwickeln muss, haben wir heute den Tag, wo es sozusagen ins Kleingedruckte geht, wo es darum geht, in den einzelnen Fachabschnitten dieser Studie jetzt zu diskutieren, wie denn dieses Dach, was wir versucht haben zu bauen, unter dem sich die Europäische Union weiterentwickeln muss, wie dieses Dach denn konkret gestaltet werden kann. Und in diesem Arbeitsprozess, der gekennzeichnet war ja nicht und der nicht gewollt war als Programmentwurf einer politischen Partei, sondern der Entwurf von Gruppen von Politikern, Wissenschaftlern, Mitgliedern der Zivilgesellschaft, der Gewerkschaften, der aus der Wirtschaft war, also sehr in diesem Sinne nicht sehr homogene Gruppen, sondern Gruppen, die mit ganz unterschiedlichen Erfahrungsräumen sich auf den Weg gemacht haben, ein Jahr lang über Projekte, die die Europäische Union benötigt, die notwendig sind, um dieser Europäischen Union nicht nur einen neuen Drive zu geben, sondern auch eine neue Gestalt zu geben und dafür zu sorgen, dass die Akzeptanz bei den Bürgern und das Vertrauen, dass die Europäische Union die Herausforderungen der Zukunft meistern kann, dass das gestärkt wird. Das ist in den einzelnen Gruppen sehr intensiv diskutiert worden. Wir freuen uns auf diese Fachdebatten, die heute ja in vielen Foren stattfinden, die im Grunde dann nochmal abgeschlossen werden, heute am späteren Nachmittag durch die Debatte über die Wirtschaftspolitik, die natürlich auch den gestrigen Tag schon ein bisschen gekennzeichnet hat. Und das ist natürlich, wenn man sich nicht nur die Hebeldebatten heute in den Zeitungen anguckt und die Frage, vor der der Bundestag innerhalb kürzester Zeit steht, irgendwie Freitag eine Entscheidung dazu zu machen, auch eine Frage des Demokratiethemas, was wir gestern berührt haben, wie denn sozusagen die gewählten Repräsentanten über die Zukunft Europas unter solchen Bedingungen überhaupt entscheiden können. All dieses wird sicherlich im Laufe des Tages auch nochmal thematisiert werden. Ich freue mich auf diese Debatte, nachdem ich gestern von einer Journalistin gehört habe, sympathisches Papier, aber viel Träumereien und mir dann jemand anders erzählt hat, also ist ja nett, dass ihr das versucht habt, aber ihr hättet doch mal ein ganz ambitioniertes Papier schreiben müssen. In diesem Spannungsfeld bewegen sich die Debatten sicherlich auch heute. Ich freue mich darauf, bin gespannt und ich möchte mich als derjenige, der auch einen Teil der Moderation jetzt in den Gruppen übernommen hat, nochmal bei den Böll-Teams bedanken. Insbesondere natürlich Christine, mit der ich zusammen viel Spaß gehabt habe. Nicht nur, aber viel Arbeit auch in diesem Jahr und natürlich auch bei Bastian, bei den anderen Fachreferenten der Böll-Stiftung, ohne die dieses Projekt sicherlich nicht so gut auf den Weg gebracht worden war. Aber ganz herzlichen Dank natürlich an die Experten, die in diesen Gruppen wirklich sehr, sehr viel Arbeit geleistet haben, weil diese Gruppen eben nicht homogen waren. Sie waren nicht aus der Partei. Die Politik war immer in der Minderheit. Es war immer viel Kompetenz aus Zivilgesellschaft, aus Wissenschaft dabei. Und dieses unter einen Hut zu bringen, war ein ausgesprochen spannendes Projekt. Das werden wir heute, glaube ich, in den Diskussionen sehen. Ich darf jetzt an die Energiegruppe übergeben und an die erste Debatte, die hier im Plenum erfolgt. Vielleicht danach werden wir dann die Debatten haben zur Außenpolitik, Nachbarschaftspolitik, zur Agrarpolitik, in den einzelnen Facharbeitskreisen, die zum Teil dann parallel laufen. Diese Informationen werden Sie dann auch sehen, wo die Räume sind dafür. Das werden wir dann noch mitteilen. Gut, soweit erst mal zur Begrüßung. Jetzt sind wir noch mehr geworden. Vielen Dank dafür. Und ich übergebe jetzt an die Energiegruppe. Vielen Dank.